Firma Seml, alles fließt, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Wir beziehen unsere Fliesen aus Italien bzw. Spanien. Na ja, wir geben einfach die Herstellerrabatte an unseren Kunden weiter. Das ist der Grund, warum wir so günstig sind. Na, Sie können die Fliesen direkt bei uns abholen oder wenn Sie wollen, organisieren wir für Sie den Transport, ganz egal wohin. Glauben Sie mir, das rechnet sich auch nach Tirol. Danke für Ihren Anruf, danke schön, auf Wiederhören. Ja, wie ist unsere Firma entstanden? Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Seit 2006 sind wir mit der Schule fertig geworden und dann haben wir uns alle drei die Frage gestellt, was machen wir jetzt? Wir haben keine Ahnung gehabt und dann kommt plötzlich der Papa nach Hause und sagt, Mädels, wie schaut es aus, ihr habt ein super Angebot gekriegt, wir können eine bestehende Fliesenfirma weiterführen. Wir haben uns gedacht, warum eigentlich nicht? Erlernen kann man alles, Privatzimmer, super Team, warum auch nicht beruflich? Ja, und so hat sich das Ganze ergeben. Jetzt sind wir seit über sechs Jahren eine tolle Firma. Ja, wie ist unsere Firma entstanden? Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Wir hatten immer schon den Traum nach Italien auszuwandern und das Interesse an italienischen Fliesen war immer total groß. Wie man sieht, daraus ist leider nie etwas geworden. Aufgrund dessen haben wir uns überlegt, wie wäre es, eine Fliesenfirma aufzumachen. Ja, wie man sieht, seit 2006 sind wir nun stolze Besitzer einer tollen Fliesenfirma. Ja, wie ist unsere Firma entstanden? Und zwar, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Der Papa war immer schon so ein Fliesenfreak. Das kann man sich vorstellen, so wie bei uns Frauen. Wir stehen auf Schuhe und Handtaschen und der Papa war immer interessiert an den Fliesen. Ständig hat mir irgendetwas Neues gut gefallen und natürlich war es aufgrund dessen nicht möglich, unser Bad regelmäßig neu zu verfliesen. Und da kam er auf die Bombenidee. Er eröffnet ein Fliesengeschäft, seinen Traum. Und nun sind wir hier. Die Firma Semmler, alles fließt und wir sind verdammt stolz drauf. So, jetzt abschließend meine Frage. Welcher unserer Damen sagt jetzt die Wahrheit? Ciao, ciao im Markt Alhau! Wenn ihr vom